Hallo und herzlich willkommen. Heute was Neues aus unserer Pufas Malerwerkstatt. Es geht um den SL4, den ihr ja schon kennt, unseren Silikat-Leichtspachtel. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie man damit raue und unebene Untergründe kletten kann. Christian. Ja, gerne. Wir haben heute auch einen Industriekollegen dabei. Es geht ja um diese beiden Produkte. Da möchte ich ganz gerne den Maik von Kobau, dass er hierzu speziell mal was sagt, bevor er uns irgendwie da verheddern. Maik, bitte. Ja, hallo, der Maik von Kobau. Wir verarbeiten heute unser Kobau Mikrolit Spachtelflies. Ein 45 Gramm Glasvlies, das durch seine offene Formatierung den Spachtelteig optimal durchdringen lässt und uns somit gradfreies Spachteln ermöglicht. Maik, gradfrei heißt, ich muss nicht mehr schleifen, spar kompletten Arbeitsgang. Ja, natürlich, denn wir bewegen uns heute in der Technik armieren statt mehrfach spachteln. Also erzeuge ich in einen Arbeitsgang eine glatte Fläche, heißt wiederum Minimum zwei Arbeitsgänge gespart. Ja, natürlich, und das macht für den Verarbeiter auch Spaß im Portemonnaie. Christian, ich würde vorschlagen, ich nehme das Vlies, du den Spachtel und wir zeigen das jetzt mal. Das will ich sehen, Maik. Lass uns machen. Christian trägt jetzt unseren SL4 satt mit der Kelle auf die Fläche auf. Alternativ kann man den SL4 auch mit einem geeigneten Airless-Gerät oder der Schneckenpumpe verarbeiten. Unser Silikat-Leichtspachtel SL4 ist auch geprüft nach AGBB und zertifiziert nach EC1+. Mit einer Zahnkelle 4x6x4 im Winkel von ca. 45 Grad die Fläche abzahnen, dabei auf eine gleichmäßige Schichtdicke achten und Ansätze vermeiden. Das Cobau-Mikrolit-Spachtel-Vlies einlegen und mit einer venezianischen Kelle kletten. Ein gleichmäßiger Druck sorgt für optimale Verbindung von Spachtel und Vlies. Das Vlies im Nahtbereich ca. 5-10 cm nicht andrücken. Anschließend die Fläche für die nächste Bahn mit dem SL4 vorbereiten und wieder abzahnen. Die Anschlussbahn ca. 5 cm überlappen lassen und wie vorher beschrieben einlegen. Mit dem kleinen Cuttermesser einen Doppelnahtschnitt machen und die abgetrennten Fließstreifen entfernen. Den Nahtbereich anschließend mit gleichmäßigen Druck abkletten. Noch ein kleiner Extra-Tipp. Mit der flach aufgelegten Kelle den Nahtbereich noch einmal bearbeiten. Das sorgt für ein optimales Nahtbild. Wow Mike, vielen Dank dafür. Ein tolles Team. Unser Silikat-Leichtspachtel und Mikrolit-Spachtel-Vlies vom Cobau. Perfekt. Eine glatte Wand in nur einem Arbeitsgang. Danke. Tolles Ergebnis von meiner Seite auch. Danke Mike. Spitze. Wenn euch unsere Videos gefallen, gebt uns ein Like und abonniert unseren Pufas Newsletter. Damit ihr nichts verpasst, folgt uns auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.